ja Moinsen Leute willkommen zurück zu FTB Unleashed wieder eine nächste Folge, ja, was ey? Nix, gar nix. Was mit dem Gespräch, du Wichser? Ja, der macht doch, der hat mal wieder eine Folge, hat lang gedauert, hat zwischendurch ein paar Probleme von der Zeit her. Ich höre, kann gar nix. Jetzt wird's wieder kommen und zwischendurch wird FTB kommen und natürlich auch FIFA 14. Juhu! Donnerstag, wenn FIFA 14 regulär rauskommt, lade ich am 0 einzelne Folge hoch und mittags irgendwann so um 16 Uhr. Also Donnerstag zwei Folgen, also schnappt euch schon mal Zeit dafür. Und wo ist denn der Tarek auf dem Server? Ich habe gehört, dass er offscreen eine Bude gebaut hat. Angefangen, ne? Ja, oder angefangen. Wo ist sie denn? Ich kann mich mal grad abholen. Ja, okay, stimmt. Hier ist 200 Blöcke weiter weg. Oder macht einfach grad... Ne, ich kann ja kein Waypoint irgendwie grad machen, keine Ahnung warum. Ich hab, äh, Jetpack und Long Falling Boots für dich. Ja, wie gesagt, wir haben... Aber meine Fretbox wurde irgendwie zerstört. Ja, wir haben gesagt, wir haben ja schon lange keine Folgen mehr gemacht, deswegen ist Tag schon soweit. Ich war ja irgendwie da, keine Zeit dazu gehabt. Na, ich hatte im Moment sehr viel Stress in der Schule. Momentan echt ohne Witz jetzt. Und deswegen... Na, mal egal. Jetzt sind wir ja wieder da und können wieder... Wo bist du? Zocken. Wo bist du? Ich bin jetzt bei den goldenen Bäumen. Okay, ich komm dir entgegen. Seh ich auch. Hier ist auch ein besonderer Baum gewachsen. Siehst du diesen schleimigen da? So, diesen hier. Ah, der ist aber schon länger da. Ja, egal. Hier. Wie du das wieder aussiehst. Du hast da so eine Backbox oder so an der Seite. Oh. Zack. Flieg du mal am besten vor. Das Haus müsste man jetzt schon ansatzweise sehen. Na, ich hab... Momentan... Man kann... Also ich seh's auf jeden Fall nicht. Zwar brennert ist ins Fahr, aber... Ja, ich seh's schon. Ja, gut. Bei mir lebt's momentan nicht so gut... Nicht so schnell lachen wie gewohnt. Ach doch, okay, jetzt seh's. Da siehst du hier diesen Quarzweg? So richtig geil. War ja auch schon im Nether. Hm. Ich zeig dir jetzt gleich mal erst mal. Wir landen einfach direkt hinter mir. Egal, ist ja schon gut, dass wir schon mal so eine Art Haus haben. So, hier geht's so rein. Weischt? Ja, weischt. Weischt von Firma her. Rein von Firma her. Warte... 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 Warte immer noch... So, nein... Mach! Mach! So, hier geht's dann irgendwo rein. Ich weiß noch nicht, wo wir den Eingang machen. Hier ist jetzt mal erst provisorisch. Hier so eine Ecke. Ja, und den Eingang kann ich mich ja gleich kümmern. Ja, und dann kann hier ja noch ein bisschen Haus hin und so. Da kannst du ja gleich irgendwie, keine Ahnung, dich um die Innereinrichtungen kümmern. Und ich mach dann eine Tür und so mit Holz oder so. Oder Eisentür mit Knöpfen oder so. Ja, ich mach mal hier das Haus höher. Also, da müssen ja noch Wände hochgezogen werden, ordentlich. Ja, oder so. Ich mach dann, ähm, eine Tür aus Eisen, würde ich sagen, oder? Mach doch was du willst. Warte mal, gib mal, äh, gib mal door ein bei, äh, not enough items. Ja. Warte, hört man also eigentlich, wenn ich tippe auf der Tastatur? Ich hör's jetzt nicht. Jetzt hör ich's. Ja, okay, hab jetzt grad ein bisschen übertrieben. Aber an sich, wenn man das so nicht hört, ist ja ganz chillig. Mach mal. Mach mal. Mach mal irgendeine chillige Tür einfach. Was ist denn hier? Warte mal. So. Ähm, äh, Ravenwood or, äh, door. Hm. Hast du das jetzt für ne Tür hingemacht? Trap door. Sag mal ne kackiges Trap door. Sakura. Hura. Äh, hör mal auf. Ich geh jetzt erstmal so ein bisschen auf Jagd nach Holz, dass ich verschiedene Holzarten suchen. Ja, mach das. Ähm. Mach mal kurz einfach Tag. Ich denke, das können wir uns mal gar nicht schieben. Mach ich das. Mach ich das. Mach gleich mal. Chill deine Base, Digga, chill deine Base. Ähm. Also es gibt fast aus jedem Holz kannst du Türen machen. Aber es sind halt verschiedene mal aufgebaut. Aber jetzt guck ich einfach mal nach einem anderen Holz oder so. Ja, und übrigens im Hintergrund die Musik diesmal von, äh, Kinatix. Von dem haben wir die Lizenzen dafür bekommen. Äh. Er, er ist allerdings auch in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Das muss ich nämlich auch machen. Falls ihr auch mal privat diese ultragereine Musik hören möchtet. Na, aber gut. Das heißt, ähm, ihr müsst natürlich, wenn ihr die Videos zu Fan wenden wollt, gebe ich euch einen Tipp, schreibt ihn vorher an. Weil sonst könntest du echt Probleme geben. Aber. Weil er ist echt ein korrekter Typ. Ich meine, er hat uns direkt, äh, gesagt. Kein Ding. In der Beschreibung verlinken und dann passt das. Genau. Einfach nur in der Beschreibung dann verlinken. Das machen wir auch. Also Kinatix nochmal im Vorder-, äh, nochmal hier an dieser Stelle danke. Und, ja. Ich hoffe, es kommen noch weitere geile Lieder von dir. Schleimer bin ich noch nicht. Ich bin so ein Schleimer. Hey, ich weiß, du siehst doch aus. Greedwood, Greedwood. Hier sieht Greedwood aus. Schwurbel. Greedwood Door. Ja gut, aus Greedwood kann ich natürlich direkt keine Tür machen. Das einzigste Holz, was jetzt so anders aussieht als die anderen. Ist natürlich keine Tür für, ne? Mhm, mhm, mhm. Merkste wat? Äh, was haben wir denn hinten für Holz? Holz, Holz. Ich freu mich schon voll auf Fifa 14. Das wird so geil. ecoli die du geschrieben das eukalyptus eukalyptus tür sondern so eine mal machen nein die sieht kacke schwul oder da direkt so eine andere tür also eine andere farbe an freut sich das thema gefunden habe so verdammt mein jetpack ist gleich leer ich komme wieder nach hause verdammt ist leer jetzt gerade eine komische stelle musik so eine art liebe song so links aber ich glaube da wird wieder als rex angezeigt naja ja noch mal irgendwelche musik wie ich ankommt wenn ich wieder die andere musik von den anderen kanal ja ich habe ein bisschen musike durch und ja die 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 das sind auch der gerade werbe zum technologischen und mit der rund mehr als euro jedoch ja ja jeaner jahre jahre ist ein jahre ich bin dann ein bisschen was haben wir hier eigentlich ok, halt die Schnauze Copper Gravel, ich habe jetzt hier nichts anderes gefunden, ich war jetzt einfach eine ganz normale Eisentür mach doch du hast ja gesagt, ich soll nach was anderem gucken mach doch mach doch was machst du hier, du Bratze? chillen, ich chille Jan, ich chille hier kriegst du Pflaster warte mal, soll ich mal was zeigen? verdammt befehl, boah, schuss ja, ja ja, ich hab ein Hellerfaden, boah, schuss boah, schuss einwandig dich noch schlagen können nee doch hättest du nicht machen können doch, hätte ich keine alles nein, habe ich nicht was für mich? nein, sowas habe ich nicht, was kann ich mir nicht leisten das ist schwarz in der Kiste, sondern in der goldenen das ist ja alles für Sachen, ich kenne die alle gar nicht ich kann zwar gar nicht, wo bist du eigentlich gerade? ich will aufladen in deinem Haus sagst du ich will aufladen ich will aufladen laden auf ja, hier ist ein bisschen also so voll der Ultra ah, nigger ich will aufladen ich will aufladen das habe ich ja nicht noch für Holz ich hab gerade irgendwas mitgekommen mit Zigaretten und zigarette ja er läuft halt also so einfach mal her und die bis gesülze mit technos eigentlich an sich der sound ist etwas hieselig aber also der der bietet uns ganz geil ich mache mal die erde so ein bisschen weg schon mal ja ich mir man sagt 100 timer sagt die kraft tic tac die kraft 42 so so zumal ja genau das sagte genau das sagte einiger ich bin laut genug ich habe die musik etwas lauter gestellt weil viele gemeckert haben dass die musik zu leise ist so leise liebsten sollte ja die musik wieder weiß also voll aufdrehen so heißt es oben hin von laut stärke dass die ohren weg dröhnen noch mal okay bist schon dabei ich habe meine anderen ecke an weil er machen wir hier so den technikraum habe ich gehört weil ich habe schon ein bisschen gemacht von technik her ja ich habe wir haben ja hinten noch an unserem anderen unter schlupft haben wir ja noch nächste weiter glaube ich und generator generator habe ich auch schon zweitem gemacht bis wir nur eine elektrik mensch holen für die ganzen geräte schopfen sonst können wir werden ja klar aber der chill aber wir müssen dann die ganzen materialien und so noch hier hinkriegen ja oder wir holen uns eine portal gab ich habe ich habe ja portal weil die kraft hat man hier ja es ist schon etwas teuer du musst also so eine schaufel da ich holen kann sich das nachgucken wie das kraft lb kraft wird doch ich glaube ich habe eine gefunden ich gehe gleich mal gucken glaubt du hier mal weiter ich gehe mal gucken ob ich deine porte dann schon hat ich glaube doch ich glaube ich bin das wirklich meine gefunden glaube ich habe mir auch gerade ich bin mir nicht ganz sicher ich kann mal gucken ziemlich am anfang war das glaube ich mal wurde mal so in so einer kiste war es nur dort ein alt bisschen Schöpfenshampoo kann dieses nicht verhindern auch gerade nicht viel also ich bin gerade mit 120 ja wie kann man noch mal kisten mit der porten übernehmen gg wie gustav gewickelt 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 günter wir haben sogar zwei portal guns ich habe gehört dass nächste gleich auch ein und teleportieren war ja lang zu zweit ja ähm eine kiste brauche ich erstmal du hast ja da hinten irgendwo in der kiste rumfliegen naja ich fange ich mal ein paar sachen rein machen ich bringe keine portal gun mit Ah, hast du die Sachen schon weggepackt hier? Ich kann mal hier gleich Robber anfangen erstmal Robber, ich hab hier Robber-Tree-Tips nämlich Zwei, drei Zwei, drei Ich bekomme die Kisten hin In den Technikraum, oder? Ne, wir machen extra Lagerraum Hinter dem Technikraum Aber das Haus ist geil, ne? Ja, ähm Wir können ja im Prinzip Was ist denn das hier? Was hast du das hier nebengebaut ist? Das sind so special Sachen Wie braucht man die denn? Wie braucht man die denn? Mit einer Spitzacke Wolle raus, das dauert ja hundert Jahre Na, ich werde angegriffen und ich hab kein Schwert mehr Stirbt Der macht's kaputt Ich hab's doch nicht kaputt Immer bis es muss... Hey, das Fleischgeräusch draufkommt Ich geh mir mein Fleisch wieder her Du Hund Und die XP's next dem mit Sicherheit auch nicht Ähm... Muss man die ganze Erde einsammeln What? Riesen-Fail, Alter Ich schwör auf hart Ja gut, die voll ist nicht eigentlich auch vorbei schon Was weiß ich nicht, ich guck schnell nach Ja, jetzt ist sie vorbei Ja, hat ja wieder gut geklappt diese Folge Also... Mal wieder zum Einschalten So eine Folge etwas langweilig Aber nächste Folge wird wieder spannender Dann geht's wieder am Hausbau weiter Bis denne Ciao mit V Jumbo Negro Bis zum nächsten Mal